ich stelle mir eine waffe immer auf frieden da kann sie nicht aus vorsehen auf semi kommen und dann letzten endes auf deaktiviert bei mir nicht einer mit der aris Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 3 1 9 10 10 10 1 2 3 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, isnt in den Körnern. Ja, los jetzt. Alle aus. Letzten Schuss, ich hab'n, hol'n dir! Hier links waren noch Gegner. So, jetzt müssen wir mal hier durchs Neiss. Hier. Hier. Wo war ich denn hier? Danke. Pfanne! Gibt Sperrfeuer. Ich hol' Hannes raus. Hannes, bist du raus? Ja. Klasse. Habe ich. Da vorne links. Scheiß Äste geballert. Er nimmt ihn jetzt mit, aber den hol' mal. Garde! Komm, schieß! Schieß! Kotz des Einen an, ey, kotzt des Einen an. Ich glaub, er ist jetzt verloren. Scheiße. Schieß! 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 Wenn 50 ist, ziehen wir uns zurück, Franzi. Komm, zurück. Bisschen. So, jetzt Steckung suchen. Und warten, dass er kommt. Am besten du da hinter dem Baum. Danke, Jungs. Gut, Mädels. Jo. Ey, waren bestimmt 60 Meter. Das sind noch mehrere. Hit. Eins, zwei, drei, sorry, ich habe es nicht mehr gesehen. Vier, fünf, sechs. Alles, zwei, sechs. �